Herzlich Willkommen zur neuen Reihe, Shibuya Tube, Open Beta. Das ist ein First Person oder Third Person Mittelalter Fighting Game. Und wir starten direkt durch. Ihr werdet gleich sehen, hier geht richtig die Post ab. Okay, dann erstmal noch ohne Deathmatch. Team Deathmatch zum warm werden. Ich muss da XP sammeln. Hm. Kommt man irgendwie nie so leicht weg. Scheiße. Okay. No. erstmal heilen hier mit den Bannern hier kann man sich aufheilen da geht es schon richtig rund hier verschiedene Klassen haben halt auch verschiedene Spezialsachen wie hier so eine Feuergranate die ich auch werfen kann wenn das hier links unten voll ist schön hier entdoppeln und nicht was ist denn los hier? so Aufgabe stoppetes Gleit Timing ist echt wichtig hier so ha ha ist echt nicht einfach hier zum Einstieg ist aber auf jeden Fall viel einfacher als For Honor da war schon das Tutorial irgendwie eine Stunde lang das war mir echt zu kompliziert aber hier kommt man auf jeden Fall schneller rein hier ist auch echt wichtig hier schon Ist das eine Menge rote hier? Nice wolf Man kann doch alles werfen hier Was man in der Hand hat Was ist das eine Menge rote hier? Was ist das eine Menge rote hier? Das ist schon eine schöne Karte hier Erstmal ausgelacht Was ist das eine Menge rote hier? Was ist das eine Menge rote hier? Keine Chance Kein neues Objektiv Torhaus verteidigen Was ist das eine Menge rote hier? 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 Das ist auch eine Menge rote hier und Hospital Was ist das eine Menge rote hier? Was ist das eine Menge rote hier? Ich t wake b therefore Ist das eine Menge rote hier of war Okay. Juhu, da kommt noch mehr Wie lange sie ja gegen 3 Leute hier durchhalten ist schon krass Eierboxen Ok, langsam wirds Zum zweiten Mal ein Spiel gestartet, seid's gnädig mit mir Im Öltopf werfen Jawoll Der war gut Angriff Angriff im laufen Mh, das ist fetzt Die Er… Hääääää Juhu Hähä Juhu Das war's für heute. So, wir zum Sprintangriff. Ist er nur begrenzt machbar oder irgendwie geht er jetzt gar nicht? Hm. Oh oh. Schön reingerannt. Das war's für heute. Hm. Okay. Jetzt hab ich verstanden wo ich hin muss. Hm. Sprintangriff krieg ich ohnehin richtig hier. Smilen. Okay. Das war's für heute. Jetzt haben sie uns schon flankiert. Die Rotenmann ist ganz schön fertig hier. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt bin ich voll verblutet. Ja, das scheint doch nicht so optimal zu sein für mich. Das war's für heute. Oh, still weg. Hm. Hm. Das war's für heute. 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 Oh Mist, hab ich die Angst nie rausbekommen Oh Das war's für heute. was ist nach vier minuten verteidigen die roden sind schon ganz schön nah gekommen das ist irgendwie jawohl jawohl ja das ist ja 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 Zu weit raus getraut. Anderthalb Minuten. Oh, einfach durchschwingen geht auch. Ein paar Lucky jetzt gelandet. Mal Truff da. Oh. Sprintangriff ist geil. Oh man. Oh man. Nice. Recht knapp. Herzog verteidigt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.